Herzlich Willkommen in Shibaku Und last but not least den japanischen Generalkonsul in Düsseldorf, Herrn Shin Maruo. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bedanken, bei der Stadt Düsseldorf, für die große Unterstützung für die japanische Gemeinde. Wir sind Düsseldorf, bitte, danke. Danke schön! Timo gegen Nicole Ja Timo, 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 Timo Timo hast du dich denn wirklich bemüht? Ein Riesenapplaus, jawoll Der Super Train, es schief Es schief Es schief Also, wenn hier ist man eigentlich die Zwei-Agen-Säge... Ist das aus Holz? Bitte? Ist das aus Holz? Geht ihr vor? Nein, das ist so eine Art Bamboo. Ja, das sind Huben. Ja, das ist so eine Maschine. Nein, du hast eine ganze Runde in der Maschine. Das ist in meiner Hand. Ich kann die richtig stark machen. Bei Animax kann man gucken, da gibt es Wiki-Artikel. Und ansonsten bei YouTube. Und fotografieren Sie mich jetzt? Nein, ich filme Sie. Ach, Sie filmen mich jetzt? Sehr schön. Und irgendwo war mal stehen geblieben. Jetzt können wir doppelt ins Fernsehen.